So, eine wunderschöne liebe Zuckermannschaft, wir sind wieder zurück in St. Wolfea mit Pinky. Ja, ich bin total, wie nennt sich das, abgelenkt von deinem Raumschiff-Outfit irgendwie. Ja, tut mir leid, der Schreifverschluss glänzt. Ich kann dir dabei helfen. Nein. So, wir wollten heute mal die Story weiter treiben. Gesetzesbrecher, ich starte mal. Okay. Will ich zuerst die Simulation betreten? Da hinten. Ich glaub, sonst geht's nicht, oder? Ja. Ist beschäftigt. Mhm. Mit was? Heißverschluss versuchen zuzukriegen. Da hieß sie. Das wirst du niemals ausfinden. Mhm. Überall auf dem Schiff sind Kameras. Ich werd's irgendwann herausfinden. Nein. So, ist es jetzt überhaupt jetzt... Ne, wurde noch nicht. Jetzt starten. Ja, jetzt kann ich ja. Jetzt? Ah, das haben wir schon gemacht haben. Ja, das haben wir schon gemacht haben. Das liebst du ja so. Das hacken, ja. 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 Ah, ich werd angepackt. Sehr gut. Endlich läuft's mal. Weheey. I believe I can fly. Oh, ne. Nicht schon, wenn's was. So, you should be able to hack it from right outside the door. Also, Uri, hier. Du hast es mit Wasser. Ja. Hacke den Laden. Okay. Denn hack mal dagegen. Ich hacke, ich hacke. Was muss ich denn tun? Ach hier. Ähm. Shit. Ich weiß gar nicht, was der jetzt von mir will, aber egal. Gau ich... Woah. Ähm. Ja, bitte. Ist das heftig? Ich schaff's nicht. Mhm. 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 Ähm. Ja. Musst du noch ein bisschen von Kinsey lernen, denn? Ähm. Oder Kinsey? 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 Ähm. Ja. Hab's fast. Nein. Boah, die letzten fünf Sekunden... Sehr gut. Mhm. Okay. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich hab nichts gemacht, das war er. Ich hab nichts gemacht, das war er. Ich hab nichts gemacht. Das hab ich denn ne Waffe. Ja, da gibt es noch mehr. Oh nein. Hinter mir sagt das doch. Ich gehe mal in den Nahkampf. Ups. Au. Ah, wo denn? Die Portale. Ah, wow, 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 wow. Auf die Portale. Eins habe ich. Die Portale zerstimmt. Ich bin hier voll im Nahkampf zugange gewesen. Ich hab schon. Oh, schnapp dir den. Oh, schnell. Bitte hier. Oh, Moment. Den hatten wir fast. Bleib stehen, du Mistvieh. Alter. Voll die Strecke, ey. Wo ist der? Aua. Was zum... Er kommt in deine Richtung. Ich habe ihn. Ähm. Sag mal. Willst du uns verarschen? Ich habe ihn. Ha. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich glaube ich die Jägerin... Ich glaube ich habe die ganze Zeit die falsche Taste gedrückt. Oh Mann. Ich glaube ich habe die ganze Zeit die falsche Taste gedrückt. Picken geschafft. Okay. Money. Oh, Level 11. Unglaublich. Tax Adventure... Ja, sehe ich auch gerade. Interessant, cool. Ah, da sind die Statuen. Warte, zerstöre ich sie? Oh, ich habe eine zerstört Platou, gerade vorhin. Ich weiß es gar nicht. Ja, irgendjemand hat sie zerstört. egal das war's ziel erreicht übernimm einen laden und da dann dann und jetzt wir müssen noch eins machen warte mal mission starten warte jetzt wir gestartet bereit ja jetzt was müssen wir machen egal beginnt sich zum spalt eigentlich zu grad nackt machst du grad nackt waren moment ich komme tatsächlich macht ihr gerade nackt baden gar nicht leser fast doch das war fast von hier aus guck nachher die aufnahme sieht fast so aus als würdest du hier schön nackt durch den see schwimmen oder mehr stimmen mache ich auch und weh das stimmt nicht geht zum spalt spalt betreten rein in die ach du scheiße nicht auf zeit oder bitte nicht doch dann verkack ich nämlich folgen da schaffen wir nie gold und wir müssen sogar richtig treffen ja und zwar genau mittig oh nein oh nein scheiße i know how to navigate the zin systems and travel between them if you can find the right simulation i can open a gateway between that one one and yours was 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 das was 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 Nerv mal auf Stahl. Jump'n'Run Profi sagst du? Scheiße. Ähm. Oh. Ich hätte schneller sein müssen. Doch, geschafft. Ja, wir haben Silber. Das müssen wir irgendwann nochmal machen. Wir hatten fast Gold. Also später irgendwann mit Gold. Also Spalt, also die Spalte machst du jetzt schon nicht. Nein, die hasse ich. Ich will zu fluchen. Miss Bayern will zu austehen. Äh, das ist strange. Ähm. Habt ihr das gesehen? Ja, ich seh das. Ich hatte voll den Giraffenhals gehabt. Die sind immer noch bei mir. Okay. Ähm. Ähm. Jo, ähm. Interessant. Gut. Machen wir das nächste. Sind wir hier. Ähm. Ich hab Angst langsam mit dieser City. Das Gebiet ist komisch. Oh, wow, 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 wow. Do you have a place I can test this? Indeed I do. Der Roboter ist komisch. Wuhu. Ach komm. Noch ein paar Dinge hier einsammeln, ist ja zum Glück auf dem Weg. Au. So. Na komm, hoch mit dir. Ja. Hast du manchmal auch so Verpixelungen drin? Ja, aber ich glaub das... Am Himmel oder so? Ähm. Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wo guckst du hin, wenn du spielst? Ja. Also... Ähm. Ja. Wo guckst denn hin, wenn du spielst? Ähm. Versteh dich schon. Das sag ich jetzt nicht. Verdenken. Weiß ich schon. Aber ähm. Ich glaub das ist ein Feature. Das ist halt so. Der jetzt ist weg. Oh yeah! Der. Der! Der. 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 Lust. Oh, nee, den nehm ich mit. Und auch den hier. Den hab ich doch hier irgendwo gesehen. Oh Gott, Leck. Kann sie jetzt. Ich gehe woanders lang. Oh, das muss man kaputt machen. Das mach ich mal. Wenn man schon mal da ist. Gibt drei Punkte für uns gleich. Juhu. Bin da, wenn auch. Ja, ich wurde aufgehalten. Das übliche. Wenn irgendwelche Kugeln sind zum Anfassen. Ach, du bist auch. Jipp. In order to use this element, you will need to manually alter your power. Manually? Yes. I have created this tutorial message to explain how to do so. Mit Blast Feuer aus. F1. Weiß ich ja, wo es geht, ne? Ähm, Kräfte. Ja, ich hab schon. Neues Element. Feuer. Juhu. Nehme ich. Und jetzt? Hab ich Feuer? Nein. Wie mach ich das? Doppelt F1. Lol. Ich sollte auch mal lesen. Dann schieß mal drauf. Feuerball. Boah, ich bin der Teufel. This is my town. Ach, nimm tief. Nimm das. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auflau'n. Oh. Hui. Äh, bei mir ist grad schon ein Bild. Echt? Mhm. Läuft. Gut, dann holen wir hier wieder mal einen Cut rein. Du bist gleich. Gleich. So, da sind wir wieder. Und, äh, gut. Dann machen wir mal da weiter, wo ich, äh, verkackt hab. Äh, du rechts, ich links. Genau. Und let's go. Oh. Okay. Oh. Läuft. Schneller aufladen, ne? Ja, okay. Thanks for the help. It is not help. Only repaying my debt. Now I will let you continue on your quest to find me the body you promised. Mhm. Kriegst du. Und Kraft Element Training. Geschafft. Money. Katsching. Und Bonus. Ah, gut, dass wir den Bonus immer gekauft haben. Sehr nice. Oh, ich kann endlich Feuerbille schieben. Aufgabe abgeschlossen. Neue Aufgabe. Geist in der Maschine. Okay. Nehmen wir mal mit. Hast du? Mission starten. Ah, jetzt. Okay. Äh, eins fehlt. Das liegt es so weit hoch. Was war das? Ich habe ein Auto mitgenommen. Hm. Da stand der Weg. Hä, was ist das? Moment, da, 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 da ist was. Ich hole es mir schnell. Da unten. Da ist eine Kugel. Eine schnelle Kugel. Immer weiß schon, wenn ich voll in Fahrt bin. Da kommt die Bremse denn an. Ja, echt. Ja. Hier, da ist er. Hast du? Ich habe ihn. Bam. Aufs Maul. Mist Ding. So. Ich habe es. Ich komme dir mal hinterher jetzt. Naja, weil irgendwas leuchtet, was man anfassen kann. Ja, bitte. Hallo. Das hole ich mir noch. Wuhu. Ja. Au, was hast du gemacht? Ich habe nichts gemacht. Doch, du hast meinen Zaun am Kopf geschmissen. Was? Ja. Denn war nicht meine Absicht. Ich muss mich gerade erholen. Platz da. Oh. Das hole ich mir hoch. Oh, yeah. Da ist noch ein fliegendes Teil. Was? Fliegendes Teil? Ja. Das gelbe hier. Cool ist dir. Schnapp ist dir. Da rennt's. Au, au, au. Ja. Wo ist es? Ja, es ist deiner. Komm her. Komm her. Hey. Hallo. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Ich weiß nicht. Ähm, yo. Ist verschwunden. Weg. Nee. Oh, hier sind ganz viele Kugeln. Da sind aber ganz viele Kugeln hier. Schon wieder. Datenpakete. Oh, nein. Oh, oh, oh. Wasser? Hast du es diesmal geschafft? Ja, ich musste hier Steine hochklettern. Aber wenigstens hast du es nicht das Wasser gefunden, äh, getroffen. Auftrag annehmen. Yep.